Hallihallo und herzlich willkommen, hier ist der Lars von Rohenergie. Heute geht es darum, dass Vitamin D das Krebsrisiko senkt. Ja, es gibt eine neue Metastudie, veröffentlicht auch und kommentiert auf Vitamin D-Service vom Dr. Raimund von Hellen. Ich habe euch die Studie oder die Auswertung der Metastudie oder den Kommentar unten verlinkt. Ich bin jetzt auch auf dieser Seite und wollte euch das mal kurz so ein bisschen näher bringen, damit ihr versteht, wie wichtig diese Studie oder diese Metastudie ist. Was ist überhaupt eine Metastudie? Eine Metastudie ist eine Studie, die sich verschiedene andere Studien zusammenfasst und auswertet und dadurch eine höhere Relevanz bekommt. Ich lese mal ein bisschen was hier draus vor. Eine Übersichtsarbeit mit 29.000 Fällen von Brustkrebs belegt. Mehr Vitamin D bedeutet weniger Brustkrebs. Die Metastudie kam aus China im Dezember 2019. Und die Fragestellung war, ist ein steigender Vitamin D-Spiegel mit Vorteilen verknüpft? Und wie ist es mit dem Risiko für Brustkrebs bei steigendem Vitamin D-Spiegel? Also Sie wollten auch gucken, kann ein zu hoher Vitamin D-Spiegel zu Brustkrebs führen? Die Methode 87 Arbeiten kamen in Betracht, 68 konnten einbezogen werden, also 68 Studien wurden zusammengefasst. Die einbezogenen Studien zum Thema Vitamin D und Brustkrebs waren global verteilt, also über die ganze Welt. 29.095 Fälle von Brustkrebs und 53.060 Kontrollfälle wurden hier einbezogen. Die Betrachtung basiert daher auf einer Erfahrung von 82.155 Fällen. Die Ergebnisse, und jetzt wird es sehr, sehr spannend. Die steigende Einnahme von Vitamin D war von sinkendem Risiko für Brustkrebs begleitet. In keiner Studie wurde eine Risikosteigerung beobachtet. Das bedeutet, dass je mehr Vitamin D die Leute hatten, desto weniger Brustkrebs gab es und es gibt keine Erhöhung von Krebs durch Vitamin D. Der höchste Vitamin D-Spiegel, 85 Nanogramm pro Milliliter, war mit einer Risikominderung auf ca. 15% verbunden. Also das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, ging auf 15% runter. Ein Vitamin D-Spiegel von 73 Nanogramm pro Milliliter, war mit einem 20%igen Risiko verbunden. Ein Vitamin D-Spiegel von 40 Nanogramm pro Milliliter, war mit einem 40%igen Restrisiko verbunden. Das bedeutet, dieser 40 Nanogramm, da wäre nur noch ein Restrisiko von 40%. Und das hat in Deutschland fast niemand, höchstens mal im Hochsommer. Die meisten haben so Werte zwischen 8 und 20, wenn es hochkommt. Manchmal geht es im Sommer auf 40 hoch. Aber so richtig schöne hohe Werte wie 85 Nanogramm pro Milliliter, kriegt man nur, wenn man substituiert oder nahe des Äquators wohnt und die ganze Zeit draußen ist. Wir schauen uns mal diese Grafik vom Doktor von Helden an. Hier sieht man ganz eindeutig, das sind verschiedene Linien hier, die statistisch relevant sind. Je höher der Vitamin D-Spiegel war, desto niedriger wurde das Risiko. Und das Beste war im Prinzip hier, oder ein guter Wert ist, ab 73 Nanogramm pro Milliliter geht das Risiko auf 20% zurück. Und hier bei 85 Nanogramm pro Milliliter ging das Ganze dann zu Ende, weil es wahrscheinlich keine gefunden haben, die höhere Werte hatten im Durchschnitt. Und da geht es auf 15% runter. Sehr, sehr interessant. Nur mal zur Information, was habe ich denn hier für einen Spiegel? Ich hatte mal einen Spiegel von 185 Nanogramm pro Milliliter. Ich werde euch das mir hier irgendwo einblenden. Da ging es mir schon nicht mehr gut. Der ist auch zu hoch, das ist mir aus Versehen passiert. Da habe ich aber ein bisschen zu viel genommen, ohne darauf zu achten, wie viel es ist. Ich wollte mal so ein bisschen gucken, was geht, aber das sollte man dann doch nicht machen. Ich hatte danach einen Spiegel angestrebt, so von 80, bin dann auf 75 gekommen und versuche mich jetzt hier so zwischen 80 und 100 zu halten. Das scheint also eine sehr, sehr gute Vorsorge zu sein, jedenfalls im Brustkrebsbereich. Aber es kann natürlich auch sein, dass das generell auf Krebs wirkt. Vielleicht auch auf Prostatakrebs oder andere Krebsarten, muss man mal gucken. Die Folgerungen daraus sind, die Studie gibt allen Ärzten einen Beweis für die Wichtigkeit einer guten Vitamin-D-Versorgung. Die Empfehlung für alle Frauen muss daher auf einen Vitamin-D-Spiegel von mindestens 85 Nanogramm pro Milliliter erhöht werden. Mal gucken, ob die das machen. Unklar ist, ob eine weitere Steigung das Risiko völlig verschwinden lässt. Das ist dann die Frage. Vielleicht wird das auch irgendwann mal untersucht, dass vielleicht ein Wert über 100 Nanogramm pro Milliliter dafür sorgt, dass die Krebsrate auf nahezu 0 zurückgeht. Das geht jetzt hier hauptsächlich um vielleicht die Prophylaxe, dass man sagt, ich will was gegen Krebs tun. Ich will einen guten Vitamin-D-Spiegel haben, damit einfach das Immunsystem gut funktioniert. Weil Vitamin-D ist ganz elementar für das Immunsystem. Und ich halte meinen hoch. Wie ihr das macht, müsst ihr selber entscheiden. Ich habe auf jeden Fall unten euch nochmal PDFs verlinkt mit so Fallbeispielen, wie man sich je nach seiner Gewichtsklasse von 20 Nanogramm geschätzt auf 80 hochsupplementieren kann. Wenn ihr natürlich weniger habt, kommt ihr nicht auf die 80. Und wenn ihr mehr habt, kommt ihr über die 80. Deswegen, ich verlinke euch auch nochmal den Link zu den Vitamin-D-Beratern. Da gibt es auch eine Seite auf Vitamin-D-Service. Und da sucht ihr euch bitte einen Vitamin-D-Berater in eurer Nähe. Bucht den, redet mit dem, macht zusammen vielleicht mit dem einen Test. Dann wisst ihr, wo ihr vorher standet, wo ihr danach standet. Und könnt dann halt richtig mit der perfekten Dosis euren Vitamin-D-Spiegel, den ihr euch selber aussucht, erhalten. Und habt dann einfach gesundheitliche Vorteile. Schreibt ihr mal unter dieses Video, wie hoch euer Vitamin-D-Spiegel ist. Am besten in Nanogramm pro Milliliter. Es gibt auch auf der Seite hier Vitamin-D-Service einen Umrechner. Den verlinke ich euch auch mal unten. Da könnt ihr euch das dann umrechnen, wenn ihr auf Nanomol oder sowas die Ergebnisse bekommt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Aktiviert das Glöckchen. Und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Video.